Lamm? Ja, ich bin Hakan. Du bist Hakan? Ja. Dein Name ist Hakan? Ja. Bist du eine Türke, Alter? Ja. Eine Türke bist du, Lamm? Dinger, du bist doch in die Stuttgarter Rotlichtmilieu unterwegs, oder? Ja. Bist du in die Stuttgarter Rotlichtmilieu eine Waffendealer, Alter? Ja. Eine Waffenhändler bist du, Alter? Dinger und vercheckst du, Alter, vercheckst du Dinger, vercheckst du korrekte Waffen, Alter? Vercheckst du Messer und Pistolen, Alter? Mhm. Du vercheckst Messer, gell? So Butterstreichmesser aus Plastik, gell? Du vercheckst auch Pistolen. Wasserpistolen vercheckst du, gell? Ja. Kepsulespistolen. Plastik-Saugnapspistolen vercheckst auch, gell? Ja, Hakan, du bist schon eine krasse Checke, Alter. Was geht, Alter? Ja.